Hallo, ich bin Guido, herzlich willkommen bei TV Total, heute mit 9 von SS, DGS, PES on Tour und einem Backstagebericht von Alex. Außerdem zu Gast, Schauspieler für Medien, Olli Dietrich und das Pro-7-Vierer, Rock-WM-Team mit Stefan Gröne, Dominik Bachmeier, Joseph Kelly und Ralf Sacherl, dazu TV Total, TV-Team, Spezial, Sex and the City. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan Raff. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei TV Total. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen deutlicher auf die Karten schreiben, dass die Zuschauer, die unsere Sendung am Anfang vorstellen, nicht Joey Kelly mit Joseph Kelly verwechseln. Ja? Es stand etwas undeutlich da, oder? Es war nicht Ihre Schuld. Selbstverständlich nicht. Ja? Unsere Schuld, meine Damen und Herren. Ja, wir haben viel vor heute Abend. Wir legen direkt los. Ich weiß nicht, haben Sie diese Schlagzeile hier gelesen? Und zwar hier. Playboy Flavio Briatore kauft sich Ralf Schumacher. Ja? Aber keine Angst, nur für eine Nacht, meine Damen und Herren. So. Ja. Flavio Briatore. Und als erstes muss ich natürlich Ralf Schumacher Joghurt Gums zwischen die Zehen stecken. Ja? Wie sich das gehört. Jetzt fragen Sie sich, wieso kann sich Flavio Briatore denn überhaupt Ralf Schumacher leisten? Natürlich, er bekommt ja Unterhalt von Heidi Klum. Ja? So. Und dann feiern wir heute ein tolles Jubiläum, meine Damen und Herren. Und zwar 182 Jahre Zahnersatz. Ja. Ein tolles Jubiläum. Oder wie es demnächst für Rentner heißt, Pürierstab. Ja? Ein... Muss man sich doch vorstellen. Seit ein... Unglaublich, oder? Seit 182 Jahren gibt's Zahnersatz. Und es sieht immer noch so unnatürlich aus. Ja. So. Zahnersatz. Und ähm... Ja, wenn Sie gestern in der ProSieben geschaut haben, dann haben Sie mit Sicherheit auch die tolle ProSieben-Comeback-Show gesehen. Und Hathaway ist raus. Wie schade. Ja. Wir haben alle geweint, meine Damen und Herren. Und äh... Dann wurde aber zum Ende der Sendung noch ein Auto verlost und dem Gewinner des Autos gratuliert. Aber Hathaway hat das nicht mehr ganz mitbekommen. Schauen Sie hier. Jetzt sagen wir erstmal, wer gewonnen hat, diesen Alfa Romeo, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe. Bist du so lieb? Wiebst du mir der Name? Ist nicht ganz einfach. Oh! Elvira... Nimitz. Nimitz würde ich auch sagen. Aus Gleichen ist die glückliche Besitzerin dieses Autos. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Applaus Ich möchte mich... Da war Hathaway wahrscheinlich in Gedanken schon im Dschungel-Camp. Ja? Ich möchte mich nochmal bei allen Zuschauern bedanken, die für Hathaway angerufen haben. So. Das dazu dann beim ZDF in der Sendung von Johannes B. Kerner war Helmut Kohl. Unser Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl zu Gast und ich weiß nicht, war er erkältet? Was war los? Ein merkwürdiges Geräusch, meine Damen und Herren. Schauen Sie mal, ob Sie es analysieren können. Herr Doktor Kohl, ich möchte mich sehr herzlich bedanken für den Besuch in meiner Sendung. Wir haben über Ihre Erinnerungen 1930 bis 1982 gesprochen. Mahlzeit. Ich glaube mit der Rotze macht er das genauso wie früher mit den Spendernamen. Er behält sie einfach für sich. Ja? Aber wir wissen ja, mit den Grünen ist er noch nie besonders zimperlich umgegangen. Ja, und dann was Interessantes von RTL exklusiv und zwar Frauke Ludowig möchte die Sendung eröffnen und offensichtlich sind bei RTL die Space-Wochen, meine Damen und Herren. Hören sich das an. Eine neue Woche. Guten Abend. Was ist da los, oder? Wahrscheinlich wollte sie sich bewerben. Ja. Warte, 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 warte. Guten, guten, guten Abend, 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 Abend. Frauke Ludowig. Echo der Frau. Schön. Dann beim ZDF Heute-Journal möchte ich Ihnen auch etwas zeigen. Und zwar gab es einen Bericht von einer Modenschau. Und da können Sie mal sehen, was passieren kann, wenn Sie mit einem Einkaufswagen über einen Laufsteg fahren. Schauen Sie hier. Von Zentralasien bis Südamerika. Er verarbeitet alle Stoffe zu großen, schrillen Roben. Und darin verliert man schon mal den Boden unter den Füßen. Tja. Model auf Laufsteg verhungert, sehe ich schon. Die Schlagzeilen. Oder es war einfach nur ein Jäger, der Sie mit einem Fasan verwechselt hat und hat einfach abgedrückt. So, dann was von Seite 1 in der Sendung Akte 2004. Und zwar, der eine oder andere erinnert sich bestimmt noch an das sogenannte Teppichluder. Eine junge Frau, die Dieter Bohlen einst in einem Teppichgeschäft genommen haben soll. Lassen Sie mich das so ausdrücken. Und die erzählt, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Schauen Sie hier. War es ein Teppichladen? Das war kein Teppichladen, das war ein Boutique. Warum war es ein Teppichladen in der Presse? Ich bin Perserin, ja. Und Luda war in der Zeit halt so ein Modebegriff. Und Perserin, Teppich, ja, reimt sich gut. Ja, selbstverständlich. Perserin und Teppich reimt sich gut. Perserin und Teppich reimt sich gut. Deswegen hat Dieter Bohlen auch damals das Gedicht geschrieben. Eines schönen Morgens, da traf ich eine Perserin, ich nahm sie auf dem Teppich, ich depp ich. Damals von Dieter Bohlen persönlich verfasstes Gedicht. Und jetzt etwas von Sat.1, und zwar in der Sendung von Franklin, war eine junge Dame aus dem Publikum, die meldet sich zu Wort. Und sie kennen ja alle so ein Gerät, das nennt sich Lügendetektor. Und über dieses Gerät möchte die junge Dame etwas von sich geben, kriegt es aber irgendwie nicht so hin. Schauen Sie mal hier. Ja, und Oliver, jetzt zu dir. Ich glaube, Panje, die wurde ja auch getestet. Und daran siehst du schon, dass der Lügendiktator richtig ist. Der Lügendiktator, meine Damen und Herren. Der Lügendiktator hat immer recht. Der Lügendiktator. Die junge Frau wäre beinahe zu spät zur Sendung gekommen, weil sie am Flughafen noch vom Metalldiktator untersucht worden ist. So, dann etwas vom NDR. Und da gibt es eine Sendung, die heißt Mare TV. Da werden immer tolle Inseln vorgestellt, alles was mit Wasser zu tun hat. Deswegen sehen Sie in dieser Sendung. Und da ging es um eine Insel St. Martin in der Karibik. Und da gibt es tolle Strände und da kommt man nur mit dem Flugzeug hin. Schauen Sie sich das hier an. St. Martin ist eine kleine Insel mit großen Fischbeständen, mitten in den niederländischen Antillen. Ein guter Ort für das Hemingway Feeling. Die wenigsten Touristen kommen zum Baden hierher. Ja, eigentlich kann nichts passieren, wenn alle sitzen bleiben. Ja, gar nicht. Ja, gut, manchmal bleibt auch so ein Jet im Volleyballnetz hängen. Aber ja, die neue Staffel Big Brother hat begonnen, meine Damen und Herren. Die fünfte Staffel mittlerweile. Diesmal ist es so. Es gibt drei Bereiche in diesem Big Brother Haus. Also einen Bereich für Arme, einen Bereich für Reiche und einen Bereich für Normale. Und es dauert ein Jahr und ist total langweilig. Das kannte man eigentlich nur aus der Formel 1 bisher. Und wir haben auch schon einen Liebling gefunden. Und zwar eine junge Frau, die heißt Kada. Kada mit D. Die war mal Miss Penthouse 1965 oder was? Was sagen wir denn? 1999. Miss Penthouse 1999. Und war früher mit dem Schauspieler Sven Martinek verheiratet. Den ja viele kennen aus Erfolgsserien wie Der Clown zum Beispiel. Ja, und das ist sehr interessant, wie sie inzwischen diese Beziehung zu Sven Martinek einstuft. Und schauen Sie sich das hier an. Ich bestand auf ein Dixi-Klo, ja. Hatte mich bei der Geschäftsleitung vor ein paar Tagen beschwert. Nachdem ich erfahren habe, dass es auf der Toilette eine Kamera gibt, haben sie abgelehnt. Ja, ist ja klar. Aber das ist der Grund, weil ich mit einem drittklassigen Schauspieler war. Wenn ich mit dem Dieter Bohlen zusammen gewesen wäre, hätte man mir ein Dixi-Klo aufgesteckt. Interessant, oder? Dass ein Sven Martinek ein drittklassiger Schauspieler, ja. Das bedeutet also, dass ein viertklassiger Gitarrist mehr wert ist als ein drittklassiger Schauspieler, ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Toll. Sie wird also benachteiligt in dem Haus. Ist sie ja auch schon bei mehreren kosmetischen Operationen benachteiligt worden. Ja, das sieht man an ihrer Nase, kann man das, glaube ich, erkennen. Und jetzt hat sie natürlich einige Mitbewohner. Und ja, da hat sie morgens eine Diskussion zum Thema Morgenlatte gehört. Und da wollte sie sich auch klug einbringen. Und schauen Sie, was das Ergebnis ist. Du bist auf ihr Bett und dann klingelt die dich raus aus dem Match und du stehst davor mit der fetten Morgenlatte auf. Hm? Was würdest du denn jetzt hören? Ich meine, ist das schon mal passiert? Nein, ich meine, so eine... Morgenlatte, wahrscheinlich hat man einen Morgenlatten. Wieso träumt man das davor kurz von irgendwelchen Gaben? Nein, das kommt vom Druck. Das kommt vom Druck, wo er hat. Ach so, man hat eine Morgenlatte, das ist bei... nicht jeden Morgen. Nicht bei jenen. Aber, naja. Die viele auf Toilette gehen, pingeln, die haben sie nicht. Aber was ist die Ursache? Keine Ahnung. Also hat nichts Sexuelles zu tun. Die Haaren, die Haarenräure drückt da drauf, wenn du viel Pipi da unten drin hast, ja. Also, man darf wie ein Haar. Also bei Frauen gibt's sowas nicht, ne? Ach wirklich? Toll, oder? Bei Frauen gibt's sowas nicht. Bis auf Lisa Fitz, glaub ich. So, und jetzt gibt's so ein kleines Quiz. Und da muss Kader verschiedene Gemüsesorten, glaub ich, erraten. Und kriegt die Augen verbunden und muss dann sagen, um was es sich handelt. Und sie schmeckt zwar, was es ist, aber sie kann sich an den Namen beim besten Willen nicht erinnern. Und dann schauen sie her. Oh, Mist, ich komm jetzt nicht auf den Namen. Ich weiß, was das ist, aber... Asabi? Nein. Ja, wenn sie mit Bugs Bunny zusammen gewesen wäre, dann wüsste sie es, ja. Es handelt sich natürlich um Karotten, aber sowas haben Frauen ja nicht, ja. So, und dann, Karotten kennt sie also nicht, jetzt wird's schwierig. Da kann man sehen, da sind die verschiedenen Bereiche getrennt. Da steht der eine hinter, also sie steht hinter so einem Gitter und ist dann, ich glaub, das waren... Was ist das für ein Bereich hinter dem Gitter? Ich glaub, Arme und Reiche in diesem Fall hier. Und, ähm, dann will der Kandidat von der anderen Seite, möchte ihr eine Rechenaufgabe geben. Und, äh, schauen sie, wie sie es macht. Karot? Ja? Merk dir, also denkt dir an eine Zahl von eins bis zehn. Okay? Kannst du gut rechnen, so ein bisschen? Ja, mach da einfach. Okay, pass auf. Ich geb, also gib noch zehn dazu. Ja. Plus zwei. Du gibst immer zehn dazu. Also ja, mit der Zahl, was du dir ausgesehen hast. Plus zwei? Ja. Okay. Plus acht. Okay. Okay. Ähm, plus fünf. Vergiss es, ich hab zu tun. Irgendwie Kraterhaus zu tun? Super, oder? Ich hab zu tun. Ich muss noch auf Karotte kommen. Ja? Also toll, was da los ist im Big Brother Haus. Mit solchen Unannehmlichkeiten konnte man ja nicht vor dem Einzug gar nicht rechnen, oder? Ähm, ja. Also wir werden das weiter verfolgen, meine Damen und Herren. Und, ähm, jetzt kommt ein junger Mann zu uns, der zweifacher Grimme-Preisträger ist, ich weiß nicht, tausende andere Preise schon gewonnen hat für seine, ähm, für seine Comedy-Aktion. Mit zum Beispiel zusammen mit Anka Engelke, äh, oder auch im Solo mit seinem eigenen Programm, äh, zusammen mit Bastian Pastewka war er auf Tournee und hat Lieder gespielt. Und war natürlich im legendären Team von, äh, RTL Samstag Nacht. Und heute ist er hier, um uns sein neues Projekt vorzustellen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen Olli Dittrich! 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 Mein Sender. Entschuldigung, mein Sender ist mir aus der Hose gefallen. Das haben Frauen nicht. Wo sind diese Leute eigentlich her? Was machst du eigentlich, wenn es diese nicht mehr gibt? Welche? Ja, so Big Brother zum Beispiel. Die gibt es ja gerade wieder. Ist das diese Frau mit Busen-Schulden eigentlich? Busen-Schulden? Ja, es war eine Frau in der Bild-Zeitung, die auch bei Big Brother einzieht. Handmikro. Mikro kaputt? Test, dein Mikro kaputt. Was habe ich gemacht? Bitteschön. Hallo? Meins geht. Hallo? Ja, meins geht. So, wie, was? Frau mit Busen-Schulden? Ja, in der Bild-Zeitung stand, bei dem Beginn von Big Brother war eine Frau, die hatte Busen-Schulden. Herzlos Mutter wegen Busen-Schulden war die Zeile. Herzlos Mutter wegen Busen-Schulden. Wie Busen-Schulden? Ja, die hatte Busen-Schulden. Die war mit irgendeinem Typen zusammen, der hat ihr die Oberweite bezahlt. Achso. Und sie hat das aber nicht zurückgegeben, das Geld. Das war so geliehen. Ah, Busen-Schulden. Und deswegen geht sie jetzt... Oder wir sagen Titten-Klamm. Ja, genau, genau, Titten-Klamm. Und sie ist jetzt in den Knast gegangen, um das Geld wieder zurückzuverdienen. Achso, aber da musst du jetzt ein Jahr drin bleiben und wenn sie Pech hat, kriegst du ja gar nichts, oder? Ist das so? Ja, nicht mal größere Titten. Nicht mal größere Titten. Ja, genau. Ja, ich weiß es nicht. Das sieht sehr albern aus, kann das sein? So ein bisschen wie der junge Julio Iglesias, oder? Ja, genau. Wie der junge Julio Iglesias. Du musst aber so ein bisschen seitlich halten. Ja, das ist der alte Carbendale. Ja. So. Hallo. Und guckst du sowas eigentlich? Nein. Nein? Nein. Guckst du sonst irgendwas von diesen Reality-Shows? Wenig eigentlich. Also ich guck eigentlich kaum noch Fernsehen, ehrlich gesagt. Ich halte mich lieber so in der normalen Welt auf und stelle fest, dass die doch bisweilen sehr viel interessanter ist als die Sendung. Dschungelshow? Hast du sowas geguckt? Ich habe das manchmal gesehen, ja. Allerdings. Du bist ja als Grimme-Preisträger mit den höchsten Würden dekoriert sozusagen. Ja. Kulturgut. Natürlich. Durch den Grimme-Preis wird ja eine Sendung, die eigentlich eher Quatsch ist. Natürlich. Zum Kulturgut. Das ist richtig. Du hast auch schon zwei, glaube ich, ne? Nein. Achso. Noch nie anbekommen. Ich war nur zweimal nominiert. Tatsächlich? In welcher Kategorie denn? Weiß ich nicht mehr. Ja. Quatsch oder so. Kulturgut wäre gut. Ja, ja. Kulturgut. Und du hast ihn einmal bekommen für diese Sendung mit Anke. Genau. Für Blind Date. Und damals auch für Samstag Nacht. Genau. Für Zwei Stühle eine Meinung mit Wiegald Bohning damals noch zusammen. Und jetzt... Naja, nun mal. Vielen Dank. Man erinnert sich, glaube ich... Sehr topper, ja, damals. Es ist ja alles nicht mehr so. Ja. Das ist aber schön, dass man noch Applaus kriegt für den für Sachen, die so lange her sind. Ja. Das stimmt. Ich sag nur, hier kommt die Maus. Ja. Bisschen lauter Applaus. Natürlich. Ja, fantastisch. Wenn gar nichts mehr geht... Bertie Fuchs. Bertie Fuchs. Wir können alle unsere Erfolge aufzählen jetzt. Das wäre auch nochmal eine gute Sendung. Eine gute Comeback-Show. Einfach Erfolge aufzählen. Bertie Fuchs. Ja, genau. Ein Bett im Kornfeld. Bertie Fuchs. Da hast du damals ein Foto angezündet in Amerika, ne? Weißt du das noch? Was? Ein Foto von Bertie Fuchs auf der Pressekonferenz vom DFB. Das stimmt nicht. Da waren wir nämlich damals auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Ne, das ist so eine Legende. Hab ich schon auch mehrfach gehört. Hab ich nie gemacht. Wer war das denn? Weiß ich nicht. Irgendjemand hat das Bild von Bertie Fuchs verbrannt. Stefan Effenberg, glaub ich. Ja, stimmt. Ich weiß es nicht. Du warst das nicht tatsächlich? Ne, ich war das wirklich nicht. Das ist eine Legende. Es gibt viele Legenden, die sich um mich ranken. Zum Beispiel? Ja, eine ganze Menge. Ja. Zum Beispiel, dass du keinen Grimme-Preis bekommst. Dass ich keinen Grimme-Preis bekommen habe, ja. Genau. Aber wer weiß, kann ja noch werden. Du hast ja jetzt, glaub ich, auch wieder eine kulturverdächtige Sendung. Ja. Seit zwei Wochen läuft sie im WDR um 22.30 Uhr. Und zwar, heißt sie? Ditsche? Das wirklich wahre Leben, ja. Ditsche, das wirklich wahre Leben. Genau. Das ist eine Figur. Erzähl es doch selber mal. Ja. Weil du dich nicht vorbereitet hast? So kriegt man nie Grimme-Preise, mein Lieber. Nein, ganz einfach. Ditsche ist ein sehr liebenswerter Mensch, der steht im Bademantel in einem Hamburger Imbiss und philosophiert über das Leben. Und in diesem Fall jede Woche über das, was in der Woche so los war. Und wir haben dort sechs Kameras fest montiert, die wir über so einen kleinen Mischer senden. Und alle fünf Sekunden wechselt einfach das Bild, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und wir beobachten einfach, wie dieser Mensch so völlig politisch inkorrekt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist mit dem Herz am richtigen Fleck, über die allgemeinen Dinge so redet. Und das ist extrem lustig. Es ist auch völlig improvisiert. Und es gibt kein Drehbuch. Du gehst da... Warum? Weil du dich nicht vorbereiten möchtest? Genau. Gut gegeben. Gut gekonnt hast. Natürlich, absolut. Grimme-Kreis-Versächte. Ja, man sagt ja auch nur, wer übt, ist nur zu Frau zum Suchen, glaube ich. Nee, ich glaube, wer übt, kann nichts, ist, glaube ich, das Sprichwort. Das ist völlig richtig, ja. Sag ich immer zu unserer Band. Bei den ganzen... Ja, und 22.30 Uhr immer im WDR. Genau. Immer zu aktuellen Themen. Genau. Und ja, genau. Und der Witz ist einfach, dass ich persönlich finde, dass es endlich wieder eine Alternative im deutschen Fernsehen zu Sabine Christiansen am Sonntagabend gibt. Und das ist wirklich sehr unerhaltsam, bringt riesig Spaß und ist eben ausnahmsweise mal nicht aus dem Ruhrport, Köln oder Bayern, sondern eben aus Hamburg. Wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt an aus Ditsche, das wahre Leben, immer um 22.30 Uhr beim WDR, sonntags. Was ist das denn für ein Quatsch? Wo hast du das bitte her? Ja, das habe ich genau da her, wo du auch das hast mit deiner Masse, die über ihn rüber geht. Was ist denn das schon wieder? Ach nee, geht das schon wieder los. Sag mal, dir kann man auch kein Bier in die Hand geben. Das kann doch nicht wahr sein. Gib mir bitte mal einen Lappen. Gib mir bitte mal einen Lappen. Mann, 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 Mann. Das kann doch... Das kann doch nicht angehen, dass du nicht... Was ist das hier nur für eine runtergekommene Bude? Du hast doch irgendwie... Weißt du was? Du merkst auch gar nichts mehr. Weißt du, woran das liegt? Du trinkst... Nubbelst an dem Bier. Das mache ich schon wieder. Du hast gegenmanipuliertes Bier. Das ist meine Meinung. Komm, hör auf. Da ist nur zur Hälfte Bier drin und zur anderen Hälfte tust du doch Sprudel rein. So, jetzt mach ich noch deinen Tresen sauber. Bin ich die Duwässerwelle oder du? Nee, aber du bist derjenige, der nicht Bier trinken kann. Hier, so mal musst du den hier oben raus. Ja, den musst du sowieso sauber machen. Sag mal, aber ich muss doch jetzt noch den Tresen... Das ist meine Meinung. Ich glaub das nicht. Ja, Ditsche und zwar jeden Sonntag um 22.30 Uhr im WDR. Ditsche, das wahre Leben. Das Lustige ist, wenn ich das noch anfügen darf, da sitzt ja noch jemand. Das ist Schildkröte. Der Schildkröte sagt eigentlich nie was. Der sagt nur ganz zum Schluss irgendwas. Aber manchmal sagt er auch nichts. Und das ist ein sehr lustiger Zeitgenoss. Das ist eigentlich Beat-Orgelspieler. Der heißt Mr. Piggy und hat an sich die Rolle seines Lebens... Im wahren Leben. Mr. Piggy. Ich weiß nicht, wie er wirklich heißt. Und er sitzt dort und trinkt sein Bier und darf mal einen Satz sagen. Und der heißt deswegen Schildkröte, weil er mal von seinem Schwager aus der DDR eine Jacke geschenkt bekommen hat, die so Krokomuster hat. Und nach fünf Bier sackt der so zusammen. Und dann sieht er so aus wie diese Ninja Turtles aus den Überraschungseiern. Und deswegen heißt er Schildkröte. Sehr gut. Sehr lustig. Und das lese ich nämlich gerade hier, da wollte ich dich schon immer mal drauf ansprechen. Sehr, sehr gern. Was ja, also was kaum jemand weiß, du siehst ja deutlich jünger aus als du. Als du. Achso. Es ist ja sowieso merkwürdig, dass man auf alten Fotos jünger aussieht, oder? Ja. Ist das bei dir so? Okay, weiter. Du warst ja früher mal... Auch jung, ja. Auch jung, aber bevor du sozusagen als Comedian erfolgreich geworden bist, warst du mal Plattenmanager. Ja, auch, ja. Und zwar warst du mal sozusagen der Boss von James Last. Nein, ich war nicht der Boss von James Last. Nein, ich habe für ihn als Product Manager gearbeitet, das stimmt. Aber das ist schon lange her. Ja, ja. Woher weißt du das denn? Hab ich hier gelesen. Du hast dich gut vorbereitet, oder? Ich hab mich gut vorbereitet, selbstverständlich. Und du bist natürlich auch auf Tour hin und wieder mit... Mit Bastian. Mit Bastian Pastewka. In so einem, ja, Solo-Programm kann man das nicht nennen, Solo-Programm für zwei. In einem Duett-Programm. Genau. Ja. Macht ihr das regelmäßig? Na, wir haben jetzt im letzten Jahr 60 Shows gemacht. Ja. Und waren überwältigt davon, wie gut das angekommen ist. Wir haben sehr viel Spaß gehabt, durch die ganze Republik gereist. Und werden das im Sommer jetzt nochmal aufnehmen für, ich glaub, 20 Auftritte oder so etwas. Was macht ihr da? Erzählt ihr Witzel? Wir stehen so rum und bereiten uns gut vor. Und improvisieren aber auch viel. Also es gibt so ein bisschen Mischungen, Figuren, die wir gespielt haben. Aber eben auch sehr viel so Duo-Stand-Up, wie man heute sagt. Wir haben beide in Smoking an, treten also sehr artig, ordentlich angezogen vor die Leute. Und Musik ist auch dabei, was soll ich erzählen. Komm hin, guck dir das an. Ja. Dann wünsche ich damit viel Erfolg und auch viel Erfolg mit Ditsche. Das wahre Leben. Immer sonntags um 22.30 Uhr im WDR. Vielen Dank. Olli Dietrich, meine Damen und Herren. Stefan Dietrich. So. Ja, meine Damen und Herren. Sie wissen, unsere SSDSGPS-Show ist seit drei Wochen, seit zwei Wochen vorbei. Wir haben einen Sieger und unsere fünf Finalisten sind auf einer kleinen Tour durch ihre Heimatstädte, durch Olpe, durch Hagen, durch Stur bei Bremen und demnächst auch in Walzhut. Da kommt der Max her. Und alles ausverkauft, also versuchen sie keine Karten mehr zu bekommen. Aber wir haben einen kleinen Bericht für Sie, wie es da so unterwegs zugeht. Bitteschön. Letztes Wochenende. Der Tourauftakt von SSDSGPS on Tour in Alex Heimatstadt Olpe. So, wir sind jetzt in Olpe an meiner Schule. Ich werd bekloppt. Und wir gehen jetzt zu meiner Big-Band-Probe. Aber natürlich ist bei so einer Big-Band alles anders, als Elton sich das vorstellt. Cola, Wasser. Das sind doch Musiker, wo ist der Alkohol? Tag, 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 Tag. Auch der Lehrer ist anders, als man denkt. Wer glaubt schon, dass man von einem Wolfgang-Petri-Dubel was lernen kann? Boah, seit wann singst du jetzt in der Big-Band? Ich glaub seit drei Jahren, ne? Seit der siebten Klasse. Seit sechs Jahren. Aber ist ja egal. Ja. Ja, gut. Tja, typisch Musiklehrer. Meiner war auch so verwirrt. So, Alex, jetzt lass mal was hören. Das also war die Big-Band des St. Franziskus-Gymnasiums Olpe. Jetzt aber will Alex endlich nach Hause. Denn sie hat ihre Eltern seit der VOG-WM nicht mehr gesehen. Herzlich willkommen bei Bimmel-Bingo. Aber leider ist Bimmel-Bingo inzwischen ja verboten. Weiter geht es in Alex' Stammkneipe, wo sie sich mit ein paar Freunden trifft. Und zwar ist das der Färbers Pub. Allerdings wird dieser Pub auch das Püffchen genannt. Ha. Und warum das so ist, werd ich euch gleich sagen. Der ganze Raum ist voll von nackten Frauen. Boah, Alex, das ist ja wirklich geil bei euch in Olpe. Super tippt das Püffchen. Und auch der Bürgermeister beim Empfang am Abend hat nen super Tipp. Nur ein Tipp. Die Stadt Olpe ist die Stadt der Pannenklöpper. Es könnte also zum VOG eine Alternative geben, das Rennen mit Pannen zu machen. Pannen sind Bratpfannen. Ja, pfiffiges Kerlchen. Aber bevor wir uns noch mehr solcher Ideen anhören müssen, schauen wir ins Konzert und hören zum ersten Mal die SSDS-GPS-Finalisten alle gemeinsam mit Can't Wait Until Tonight. Musik Ja, das ist ein kleiner Zwischenbericht von unserer SSDS GPS-Tour und da möchte ich Sie nochmal darauf hinweisen. Die brandneue Single von Max, Can't Wait Until Tonight, ist seit gestern erhältlich. Sie wissen, wir müssen es in dieser Woche in die Top 40, in die Charts schaffen, damit wir dann nächste Woche auch tatsächlich bei der Grand Prix Vorausscheidung teilnehmen können. Also, wenn Ihnen das gefällt, dann tun Sie uns einen Gefallen, gehen Sie diese Woche in den Laden und nicht in nächste Woche. Nächste Woche können Sie auch gehen, aber diese Woche auch. Gehen Sie diese Woche und nächste Woche. Und wenn Sie sich scheiße finden, gehen Sie gar nicht. Zurück bei TV Total. Und jetzt haben wir zu Gast bei uns die Wok-Weltmeister im Vierer-Wok. Spektakulär. Als Fünfte mit der Fünftbesten Zeit in den Endlauf gestartet und als Sieger aus dem Rennen hervorgegangen mit der schnellsten Zeit und mit der höchsten Geschwindigkeit. Und wir schauen uns nochmal den Siegeslauf des Pro-Sieben-Voks an. Meine Damen und Herren, jetzt entscheidet sich der wichtigste Titel. Die Weltmeisterschaft geht in die entscheidende Phase. Sehr gute Startzeit, aber wir haben natürlich noch keinen Vergleich. Insofern schauen wir doch mal, wie sich die Jungs in der Bahn machen. Und wir schauen, die wichtige Ausfahrt, Kurve 9, haben Sie geschafft. 82 km pro Stunde, die höchste Geschwindigkeit war ja bisher 90 km pro Stunde. 90,6, also die Bahn wird nochmal schneller. Hey, schnellste bisher gefahrene Geschwindigkeit. Und 56, 0, 3, 0. Wie viel kann man rausholen? 77,3 km pro Stunde. Und unten müssen Sie weit über 90 km pro Stunde haben. Nein, nicht die Geschwindigkeit. Ich glaube, Pro-Sieben ist Weltmeister. Denn Jamaika kann es nicht mehr rausholen. Die Sieger der Herzen sind nur Fünfte. Aber das sind die Weltmeister im Starthaus. Gratulation an Pro-Sieben. Und hier, meine Damen und Herren, sind die Weltmeister im Vierer-Walk. Steckern, Görle, Dominik Bachmeier, Ralf Zachel und Joey Kelly. Der Pro-Sieben, Vierer-Walk, meine Damen und Herren. Wer hätte das für möglich gehalten, oder? Wer hätte das für möglich gehalten, dass er als Fünfte des Vorlaufs es noch zum Sieger bringt? Das haben wir nur dir zu verdanken. Wieso? Ja, weil ihr seid doch mit die Letzten gewesen, die im Vorlauf gefahren sind. Und ich glaube, du hast dich ein bisschen verlängt und dadurch ist dein Valk gestürzt und wir sind ins Finale gekommen. Stefan muss nicht immer Erster machen. Ich meine, das war wirklich sehr groß zu sein. Ich möchte nicht auf dieses bittere Kapitel meiner Valk-Geschichte hingewiesen werden. Kein Salz in die Valk, nein. Ich weiß gar nicht, die haben mich angerufen. Deine Leute. Die haben gefragt, jemand ist ausgefallen, ob ich da mitmachen würde. Wer ist denn ausgefallen bei euch? Nein, nein, der Simon-Gose-Johann. Aber dann ist ein Mario Barth hatte irgendwie Bandscheiben. Zumindest hat er das behauptet und dann musste Simon-Gose-Johann... Mario Barth hat einen Tag vorher behauptet, er hätte Bandscheiben vorfallen. Einen Tag vorher. Ach, weißt du, ich habe Bandscheiben vorfallen. Genau, und dann musste Simon-Gose-Johann in den Red-Nose-Walk... Und Joey kam netterweise zu uns. So hat Joey dann doch noch einen Weltmeister-Titel bekommen. Ja, der ist ja Joey der ewige Zweite im Einer-Valk. Aber wir zeigen es, dem Hackl-Schorsch zeigen wir es nächstes Jahr, oder? Bei der nächsten Wok-WM, da legen wir noch einen drauf. Gerne. Ich habe das ja hier schon erzählt, meine Damen und Herren. Ich kann das nochmal erzählen. Joey hat sich in der Einer-Disziplin die Hose voll gemacht mit Blei. Damit er schwerer ist. Das stimmt, du hattest 10 Kilo Blei hier überall und hattest hier vorne zwei Handeln reingesteckt. Stimmt das? Ja, als Ausgleichsgewicht. Als Ausgleichsgewicht. In der Sägerfahrt nicht, oder? Nein, da haben wir wieder ausgezogen, weil da waren wieder irgendwie die Einzelfahren fertig. Und dann habe ich die ausgezogen, weil ich dachte, vielleicht hilft das. Weil bei der ersten Mal waren wir nicht so schnell. Und dann ohne diese halt diese zusätzlichen Kilos waren wir doch schneller. Und ich finde das toll, dass gerade Ralf Zacherl Weltmeister im Wok wird. Wer hätte das gedacht als Kopf? Das ist meine längste Erfahrung. Ich meine, das muss ich ja irgendwo auszahlen, oder? Und hat der Titel schon was gebracht? Werbeverträge, losiges. Wir versuchen ja das Ganze zum Breitensport zu machen und dann ersten Profis zu werden. Ja, das war wirklich keine schlechte Fahrt. War auch die absolut schnellste Zeit und die absolut höchste Geschwindigkeit. Ah ne, nicht ganz. Der Red Nose Wok war noch 0,3 Stundenkilometer schneller. Aber Axelstein kein Wunder, wenn der vorne zieht. 90,6 Stundenkilometer. Ja, im Vierer Wok lag ja der TV Total Wok bis zur Zwischenzeit ganz weit vorne. Und wir sind ja nur durch den Sturz gescheitert. Können wir das bitte gerade nochmal anschauen, meine Damen und Herren, dass Sie sehen, dass wir ganz vorne lagen. Und dann... Hier kommt er. Stefan Raab das erste Mal auf der Bahn mit dem TV Total Wok. Der amtierende Weltmeister meiner Wok. Bei der ersten Auflage gehörten Sie ja mit zu den Favoriten. Aber dann hat eben im Winterberg der Sturz in dieser berühmten Kurve 9, ja, vielleicht alle Träume zerstört. Hier beim Start waren Sie ja noch ein bisschen langsamer. Aber wir wissen ja, dass Stefan Raab, der Erfinder dieser Sportart, sich bestens auskennt. Auch als Pilot hier im Vierer Wok. Elton bringt nochmal richtig gut Masse mit. Und da liegen Sie schon vorn, 8 Hundertstel. Schon hier bei dieser Zwischenzeit, schneller als Jamaika. Jetzt heißt es nur in den Pfannen bleiben. Da fehlt ein bisschen an der Topgeschwindigkeit, aber das macht nichts. Wenn die drei Ausfahrten jetzt passen, Ausfahrtkreisel, das haut hin. Nächste Zwischenzeit, 13 Hundertstel vorn, jawohl. Und jetzt die wichtige Kurve 9, im Vok bleiben, nein, Stürzel auch. Aber wir wissen vom Sport Vok, dass man auch außerhalb der Schüssel schnell sein kann. Jetzt heißt es, in die Top 5 kommen, da verliert sie schon eine halbe Sekunde. Aber Sie müssen mehr als eine Sekunde verlieren, um hier schon definitiv raus zu sein. Welcher Platz ist es? Der achte nur, der achte Platz nur. Oh, das sitzt tief. Oh, ein Applaus. Das klingt doch. Was war so? Ich habe mich auch gefragt, woran hat es gelegen? Ja, das liegt an uns natürlich. So war das. Und es ist wirklich immer schneller geworden. Die Bahn ist immer schneller geworden. Das waren auch die Weltrekordzeiten jemals. Schneller wurde niemals in einem Vok gefahren. Ich glaube, mehr Angst hatte auch niemals jemand in einem Vok als wir. Hat sie die Angst? Also in der letzten Fahrt schon. Also es ging schon mit 90 Sachen, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das war auch der Vorteil, weil wir alle ein bisschen Schiss hatten und uns dann aneinander gekrallt haben. Wir haben gesagt, tief reinlegen in die Voks, gut festhalten. Bei der Eifel-Testfahrt hat Joey meinen Fuß nämlich losgelassen. Das hat so an die Wande geschlackt, dass ich gesagt habe, Joey, bitte, egal was du machst, halt meinen Fuß fest. Und Dominik hat was Tolles gemacht. Er ist nachmittags die Bahn runtergefahren als letzter in dem Vierer-Vok. Das war aber meine allererste Vok-Fahrt. Die allererste Fahrt und er hat es live kommentiert. Was auf den ersten Metern noch klappte, Sie sehen die Subjektive, also eine Kamera war auf ihn gerichtet. Sie sehen ihn durch die Bahn schlittern und er hat versucht, die Bahn während der Fahrt zu kommentieren. Schauen Sie sich das hier an. So, also mit dem Anschub, da müssen wir noch trainieren. Oh, das geht schon gleich richtig zur Sache. Dabei sind wir erst am Anfang. Meine Herren, ist das schnell. So, die erste große Kürbe. Oh, der Achterbahn ist so scheiße dagegen. Jetzt die Linkskürbe. Wenn ich schein zu sein, möglichst flach unten liegen. So, jetzt kommen wir in den Kreisel. Jetzt wird Dicke fertig. Hier geht es! Hier geht es! Hier geht es! Wow! Das ist nicht mehr kommentiert, es ist zu schlimm! Jetzt kommt die bisherige Kurse. Achtung, Achtung, Achtung! Nicht rauskriegen! Hört das nie aus, es ist noch eine Minute! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich glaube, wir sind am Ende. Wir sind am Ende! Ja! Und zwar. Ich habe immer nur Uuuuhuhuhuhuhu gehört. Toll kommentiert. Ja, man wirkt ja ein bisschen animalisch dabei. Wirklich toll kommentiert. Nein, das war ja die allererste Wokfahrt und Bianca Sommer, meine Kollegin von TAF, hat dann gesagt, pass auf, bevor du irgendwie dich dran gewöhnen kannst, wir setzen dich jetzt in diesen Wok und du kommentierst. Egal was du machst, musst nur ein bisschen reden. Und das war nachmittags und da war die Bahn noch fast zehn Stundenkilometer langsamer. Also sieben Sekunden länger gedauert. Das war schon die langsamste Fahrt. Und ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste nur eben dieser Kreisel, da kriegt man was, dreieinhalb G oder sowas? Ja, dreieinhalb G ungefähr. Dreieinhalbfache Körperbelastung lastet da auf einmal, wenn man in diese komplett... Und das war jetzt also nicht irgendwie dieses, wir sind im Kreis und jetzt geh irgendwie, sondern du kannst da nicht anders machen. Wenn du sagst, du sollst dort reden, das geht einfach nicht mehr. Ja, ich hoffe, ihr verteidigt nächstes Jahr euren Titel wieder. Es wird nicht einfacher. An der Technik wird weiterhin gefeilt. Und ich hoffe, ihr... Du meinst am Sportgerät feilst du. Am Sportgerät wird gefeilt, ja. Und an der Technik auch. Und ich hoffe, ihr werdet genauso erfolgreich wie Sex and the City. Guckt einer von euch Sex and the City? Echt? Das gucken normalerweise nur Frauen? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das gucken ganz viele Männer. Ja? Deine Frau auch? Ja, ich muss auf die Kinder aufpassen. Ist auch besser bei der Serie, glaube ich, dass die Kinder nicht zugucken. Warum ist Sex and the City so erfolgreich? Weil man noch nie mit so viel Niveau über Schmuddelsex gesprochen hat im deutschen Fernsehen. Aha. Wer kann das toppen? TV-Total natürlich, meine Damen und Herren. Und wir haben hier einen kleinen TV-Total-Tipp spezial für Sie. Warum ist Sex and the City so erfolgreich? Bitteschön. Hallo, liebe Frauen. Seid ihr gut drauf? Na super. Dann habe ich hier einen TV-Total-TV-Tipp extra für euch. Sex and the City. Und da geht es natürlich um... Ich weiß nicht, ich habe das nicht gezählt. Aber da geht es, glaube ich, um acht oder neun Frauen, ja? Ich meine, das ist doch nicht viele Frauen. Also Freunde von mir knallen das am Wochenende weg, ja? Nicht ganz, lieber Dieter. Es geht nur um vier Frauen. Und zwar Christine Davis, Cynthia Nixon, Kim Cattrell und Sarah Jessica Parker. Und mit ein bisschen Schminke und der richtigen Ausleuchtung werden sie zu Carrie, Samantha, Miranda und Charlotte. Vier Wuchtbrummen in New York. Und die verbindet ein enges Band der Freundschaft. Ach ja, euer Band. Wisst ihr, wo ihr euch das hinstecken könnt? Im Hintern. Erstaunlicherweise schätzen Frauen die erste Staffel Sex and the City noch nicht sehr. Nein, ich glaube nicht sehr. Mein Mann betrachtet sie als ein notwendiges Übel. Andere guckten zwar immer, hatten dafür aber stets eine Ausrede parat wie... Ich habe die Bandscheibe im Arsch. Oder ein konstant schlechtes Gewissen. Ich schäme mich vor meinem Mann. Moderne Frauen von heute sagen jedoch... Ich will viel lernen. Und das tun sie dann auch. Dank Sex and the City wissen Frauen... Geld macht sexy. Und Frauen wissen, wie ihr Traummann zu sein hat. Er muss sätlich sein, um gut poppen können. Sie reden ungehemmt über ihre Periode. Das kam ganz plötzlich. Erst kam etwas an und dann kam der ganze Schwarm angeschwimmt. Und sie bieten Männern sogar in ihren Spezialdisziplinen Paroli. Hier haben sie voll wie einen draufgelegt, du. Bitte? Hier haben sie voll einen draufgelegt. Ja, super. Hier waren ja Schweine unterwegs. Bei den Frauen, ja? Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die sind genauso schlimm wie die Männer, du. Ja, ich geh mal kuckeln. Ei, 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 au. Während Frauen Sex and the City gucken, gucken ihre Männer natürlich andere Frauen. Doch es gibt auch schon ein paar männliche Fans, die keine Folge Sex and the City verpassen. Die Weiber spielen klasse. Fuck. Bitch, fuck. Fuck, bitch. Freifick, Muschi, Muschi, Freifick, Muschi. Kein Wunder, denn Sex and the City hat die erotischsten Bandszenen im ganzen TV. Ohoho. Also, wenn sie heute Sex and the City um 21.15 Uhr verpasst haben, dann gucken sie doch nächsten Dienstag mal rein. Dann steigt Charlie zum Beispiel auf die Waage. Oh, du Scheiße. Also, das ist eindeutig so viel. Auf jeden Fall. Oder hab ich so viel an? Also, guck mal, ich den Kling. Samantha lernt einen tollen Typen im Bus kennen. Scharfe Kurve rechts. Oh, ey. Der fährt ja. Ich glaub, wir müssen uns noch beschweren. Wow. Und Carrie und Miranda gestehen sich endlich ein, dass da mehr zwischen ihnen ist als nur Freundschaft. Ich glaub ja nicht, dass ich mir das antun werde. Es gibt Dinge, die sind in der Vorstellung schon schlimm genug. Also unbedingt gucken, denn dies ist die letzte Staffel von Sex and the City. Das geht doch nicht. Aber keine Sorge, ProSieben plant ein deutsches Remake mit vier Frauen, die mindestens genauso sexy und schlagfertig sind wie ihre amerikanischen Vorbilder. Ich heiße Barbara und bin nicht ganz so gefährlich wie ich aussehe. Ich heiße Ute und Karate gibt mir Selbstvertrauen. Ich heiße Elke und Karate weckt den Tiger in mir. Hallo, ich bin Angela und mein jeder Mutige findet seinen Weg. Pervers. Ich bin auch nicht pervers, wenn ich. Ja, darum ist Sex and the City so erfolgreich. Jetzt wissen Sie es. Wir müssen es heute verpasst haben, nächsten Dienstag bei ProSieben. Eine neue Folge. Ja. Normalerweise schalte ich hier an dieser Stelle immer zu meinem Kollegen Stefan Gödde. Zu Biss. Der ist aber heute hier. Wollen wir mal so tun? Ich bitte darum. Okay, weil gleich gibt es natürlich Biss. Na klar. Und ich muss jetzt, das ist ja normalerweise immer mit so einer leichten Zeitverzögerung. Weil du ja auf der anderen Seite vom Rhein stehst in Köln. Genau. Und deswegen spielen wir das mal so. Stefan, kannst du mich hören? Ja, ich kann mich hören Stefan. Hallo. Guten Abend. Guten Abend Köln. Hallo. Guten Abend. Ja. Stefan. Ja. Stefan. Ich kann dich hören. Was gibt es heute bei Biss? Du, heute bei uns. Wir haben einen skrupellosen Internetbetrüger gejagt, haben ihn auch geschnappt. Und kurz nachdem wir ihm unser Fass ohne Boden überreicht haben, hat die Polizei zugeschlagen ihn verhaftet. Eine ganz spannende Geschichte. Aha. Jetzt unbedingt dranbleiben. Jetzt bei uns bei Biss. Stefan. Jetzt bei Biss, meine Damen und Herren. Mit Stefan Gödde. Direkt im Anschluss an TV-Total. Ja. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Weltmeistertitel. Ja. Die können sie, diese vier wunderhübschen Herren, können sie natürlich jederzeit wiedersehen. Auf ProSieben oder Joey auf allen Musiksendern. Und weiß nicht, du läufst ja auch immer durch den Wald und solche Sachen machst du ja. Ja. Und spätestens bei der nächsten WOC-Weltmeisterschaft. Ja, das war's schon für heute. Morgen bei uns zu Gast unter anderem auch Grand Prix-Teilnehmer bzw. Vorausscheid-Teilnehmer. Wonderwall und Comedian Hennes Bender ist bei uns zu Gast. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Bis morgen. Dankeschön. Bis morgen. Bye. 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 Bye.